Moin moin liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Rainbow Six Siege. Mit mir Playgestalt und Kim. Guten Tag, das stimmt sogar. Ha, was? Jetzt fängst du auch noch damit an. Womit? Das stimmt. Worum geht's? Da, Alter, jetzt ist so ein Profi drin. Da sagt er immer, ja, das stimmt. Ich weiß, dass es stimmt. Ja, meintest, dass es ja gerade geht. Machst du Löcher zu oder wie ist es? Was? Löcher? Da, die Wand zum Beispiel. Ich bin gerade erst mal hier und ich auch hier, wir helfen uns noch mal. Am 13. rum. Ey, Papkano. Achso. So, nein, ich wurde entdeckt. Nein, so viele Drohnen. Ich Drohne. Hä? Hä? Ich hab eine Drohne, ich hab eine Drohne. Es geht schon los. Wir müssen hier einen reinforcement machen, da machst du ein Spiegel hin. Hier, bei mir. Und dann kannst du hier so vor. Ja, 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 das hatte ich bei dir. Bei anderen gedacht, dass ich das gar nicht habe, oder so ist auch. Nur verküttet. Oder entdeckt? Ey, guck mal, da ist er. Was du willst, entdeckt? Aber da draußen ist eine Drohne. Gute Idee, ich schieße schon mal durch, damit es ist wissen. Drohne kurz kaputt gemacht. Ich weiß nicht, ob ich hier mal einen Laden zumachen soll. Oh, oh, da hinten ist schon einer tot. Cool. Jetzt spieg ich verlassen, anstatt sich töten zu lassen. Was auch? Warst du in deinem zweiten Spuh gehen? Ja, an der Ecke, wo ich jetzt stehe. Lüüüüüü! Bin weil ich sterbe zu sehen, ich geh mal raus, Achtung, hinter dir mach ich auf. ja, habt's gesehen WAH! Direkt vor mir! Ich hab mich ewig erschrocken Beide, beide russen Operator gehen so gleichzeitig, ich hab's in seiner K-Camp gesehen, wir gehen beide gleichzeitig in die Augen schießen Das ist jetzt los Ja, da vorne ist der Dings, der Fuse gewesen Guck mal Ich seh hier viele What? Den jetzt er haben müssen Hä, ich dachte, der wär tot? Pass mal auf, pass mal auf Hä? Der hat geschossen, bevor er wusste, dass er da war Der andere hat da oben in der Ecke geteilt Naja, den wusste ich, dass da einer ist, der hatte Schiss Aber der müsste doch tot gewesen sein, der andere Ne, wahr? Der hat ja, der hat ja am Ende nicht mal fast, fast noch volles Leben gehabt Was? Ja? Das stimmt doch was nicht Schiri! X X confirmed Oh ja Mustafa 55, IGIT IGIT Ja, guck doch mal Mustafa 55, IGIT 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 Ach da Pre-Dival heißt das Pre-Dival Ich hab da ein ganz mieses Gefühl Ich hab da ein ganz mieses Gefühl Ich hab da ein ganz mieses Gefühl Wunsch, aber alter Cooler Scheiße, ne? Äh, fahr mal nach oben, alter, ob da oben irgendwie was ist, damit ich fusen kann von oben Das bleibt ganz schlecht, eh, jetzt bin ich kaputt Was sollte das, Kim? 1 Satz in 10 Sekunden, ich kenne nur 1 Satz in 4 Wänden, ge? Mit der Vera? Ah ne, doch, ist das die Vera? Das ist die Tine, dicke von RTL Hehehe So, haben wir das auch kaputt, äh Ich dachte grad, ich seh ein Füß Was hast du gesagt? Was sind die Eisenbahnen, gell? Ja Ja, freilich, dann guck ich doch mal da rein, gell Fenster ist noch zu Beide Ich weiß ja nicht, ob ich mitkommen soll, gell? Komm, gell Ich weiß immer, Luf Jetzt verrate ich dir nen Trick Ja, ja Mach mal, hast du normale Ladung? Ne Hat jemand normale Ladung in diesem Laden? Woah, fuck Och, Mann! Ja, genau, das wollte ich vermeiden Ich hab hier grade in der Cam gesehen Nett doch nichts auch Oh, Mann, ich bin da so ein Freakel, alter Warum hab ich denn diese scheiß Laser Visier überhaupt noch da drauf? Der war hier oben, ne? Ja Der andere soll ich mal checken hier Ne, glaub ich, ganz geil Scheiße Alter, du hast Jekyll, Mann Und er ist eben gerade rausgegangen Und du scannt seine fucking Fußspur nicht? Ist dein Ernst? Ich hab ihn hier oben gesehen Der Drecksport, der kommt sicherlich nie zurück Alter, du hast doch Jekyll, mach doch das Ding an So leer Ja Alter, da ist er doch, da ist er doch Wer denn? Ich? Oh nein Ach, der Jekyll ist einfach Ich glaub, der kapiert das System von nem Jekyll nicht Da vorne wurde aufgesprungen Da ist er Ich hab schon sogar die Tast hier gedrückt Ähm Hier, freilich Ey, das ist jetzt Oh, da war er weg Was ist ne mies Runde, Alter Kim macht einfach mal den Spiderman, ne? Hängt sich an der Wand und lässt sich töten bettet er ist es los hier immer soll das und dieses spiel einfach nicht mehr spielen das ist los sehr gut ist ja nichts neues ach so dann immer irgendwas was funktionieren könnte der jekyll hat mich erschossen dankeschön ich mach glaube ich erst mal zu nette games beginn was glaubst du sind sie ich weiß es nicht ich gehe einfach mal gleich riesig aufs bronke aber das ist mir gerade egal was ist das für eine arke es geht nicht was hast du jetzt gemacht ja der spawnkeler hat funktioniert aber dann hat der andere nicht erwischt sie kommen über die südliche seite was ich hier cooles gemacht dinge mal hvs ist einsatzbereit dinge zwei stück mhm du bei der bibliothek rausgehen würdest ans fenster ne da könntest du direkt die grau weg machen welcher bibliothek welches fenster ja da oben hängt einer direkt beim raum der geht jetzt wieder aufs dach das dackel das ist fios bibliothek welches fenster meinst du bitte ähm da jetzt runter dann hart rechts geradeaus durch hier durch ja durch die bibliothek und dann da die tür aufmachen und dann könntest du ihn auf der langen seite an der fassade hängen sehen er hat sich selbst weg geflogen auf der seite ja genau einfach mal riskieren da ist der dringer da und jetzt will ich nach oben rennen ich alle durchschießen die denn ich habe schon sehen die gegner sichern den biograben ja schöne scheiße ich sehe nichts ich sehe nichts ich höre nichts lol so damit du hast einen einkrieg NEIN NICHT ich konnte nicht ich hatte keine munition mehr drin was ist mit dem anderen passiert man das war natürlich übel das war echt bitter scheiße absolute ooooooooh ach man ey da ratter ich einfach mal gemütlich durch und denk mir nix dabei und dann stirbt der kollege oben während er tappt das ist doch kacke man ach ja liebe freunde was willst du denn machen ne kannst du nix machen ne bei so einem team hier Mustafa, Kim und so hehehe na wobei du bist ja erst geworden Glückwunsch dazu also ich hoffe es hat Spaß gemacht wenn ja lass den Daumen nach oben da und wenn ihr auf dem Kanal seid ein Abo würde mich sehr freuen machts gut euer Playgestalt und mit ihr von mir mit ihr und mit ihr von mir mit ihr und mit ihr habt und mit ihr mit ihr mit ihr und mit ihr mit ihr